hallo und herzlich willkommen zum ersten video von tieferforschen heute geht es ein bisschen um peter fram und das ist ein typ hier auf youtube der hat so ein next level personality forum gestartet in dem es darum geht menschen so ein bisschen in der persönlichkeitsentwicklung zu helfen zu coachen das gibt es ja im internet immer mehr ich glaube in der amerikanischen szene ist das noch deutlich stärker ausgeprägt ich habe da mal so ein buch gelesen von wo wie hieß der noch mal anthony oder so das bla bla power prinzip oder so irgendwie so ist das auch so ein personality coach ich fand das gut es hatte viele gute anregungen und wenn man hier so den kanal sich von peter fram anguckt ich habe schon einige videos von ihm gesehen in den letzten jahren immer wieder mal ich kenne den kanal schon länger das sind sehr sehr viele viele gute gute sachen bei und also ich kann den kanal wirklich wirklich nur empfehlen ich habe also ich stimme nicht in allen dingen zu darum wird es auch heute gehen aber im großen ganzen finde ich viele sachen die er sagt gut und ich habe auch hier und da schon mal so den einen oder anderen tipp bekommen von ihm in bestimmten bereichen den ich gut aufs leben anwenden konnte also ist im großen ganzen gefällt mir der kanal und auch wenn ich heute ein bisschen ein video von ihm bisschen auseinander nehme wo ich der meinung bin dass er da nicht so rational ist wo er ein bisschen rumdruckst da finde ich will ich damit nicht ihn als person angreifen oder auch nicht seinen kanal ihr dürft den kanal gerne abonnieren ihr dürft gerne seine videos gucken die sind wirklich gut obwohl er leider leider seit längerem nichts mehr hochgeladen habt das heißt wenn ihr wenn ihr mehr von ihm sehen wollt und merkt oder macht aber nicht ganz gute videos dann schreibt nochmal an peter machen wir ein neues video haben schon seit acht monaten nichts mehr von dir gesehen was ja wirklich schade ist also fast ein jahr lang hat er jetzt nichts hochgeladen und in der letzten zeit dann auch nicht mehr so viel wobei doch jeweils ein bisschen mehr aktiv ja vor elf monaten war er richtig richtig aktiv da hat er ganz viel gemacht und dann hat er jetzt fast ein jahr lang nichts mehr gemacht also ist ein bisschen schade und da da wäre natürlich schön wieder mehr von ihm zu sehen aber heute geht es vor allem um eine sache und zwar um atheismus gott glaube also ich denke ich persönlich bin christ bin aber total offen ich finde es eine interessante sichtweise und ich habe mir in meinem leben schon sehr sehr viel von artisten angehört also gerade wenn es um die frage geht ob gott existiert oder nicht glaube ich habe ich in meinem leben mir viel mehr von atheisten angehört als von christen erst so die letzten drei vier jahre habe ich auch angefangen je mehr von von christlichen apologeten und so anzuhören früher habe ich eine lange zeit nur so richard dawkins lorenz krauss so die klassischen neuen artisten vor allem angehört wenn euch das interessiert das thema atheismus und so dann ist dieses video genau richtig für euch weil hier hat peter frahmann video veröffentlicht das hieß ateist in zehn minuten nicht gucken wenn du gläubig bleiben willst großartig also wirklich ein hammer titel und da merkt man die stärke von ihm erst ein rhetorisch starker typ kann sich gut ausdrücken versteht auch ein bisschen die psyche des menschen deswegen hat er diesen titel gewählt und die 100 fast 160.000 aufrufe sprechen da auch für sich würde ich behaupten also guter guter entertainer gutes video an sich inhaltlich ist es aber an einigen stellen sehr sehr schwach also platt gesagt er hat nicht ein gutes argument in dem ganzen video es ist reine rhetorik und das ist deswegen schön man kann viel von diesem video lernen einmal wie man rhetorisch arbeitet aber natürlich auch man kann lernen wie man nicht logisch argumentieren weil das was er hier macht ist nicht logisch obwohl man darunter viele viele leute hat die dann solche sachen schreiben wie so einfach und unkompliziert auf den punkt gebracht oder genau die argumente bringe ich immer das ist natürlich ein bisschen peinlich wenn das leute denken oder noch so viele likes für diese kommentare geben da naja das sind keine argumente und wir werden das stück für stück durchgehen wir gucken uns das video jetzt zusammen an und ich werde zwischendurch einfach pausieren und noch ein paar sätze zu sachen sagen die da der liebe peter von sich gibt und dann werden wir mal gucken was am ende werde ich davon überzeugt dass es keinen gott gibt werde ich ungläubig sein nach diesem video natürlich nicht aber ich werde euch ein bisschen zeigen warum ich die sachen die ihr hier sagt nicht als argumente werte oder als irgend irgendwas mit inhalt sondern nur für reine rhetorik und dadurch ein bisschen beibringen wie man sowas mehr und mehr durchschaut dass etwas keine argumente sind sondern nur rhetorik und ganz am ende gebe ich euch ein argument für die existenz gottes also bleibt dran am ende kriegt ihr ein argument für die existenz gottes also starten wir doch einfach mal rein und gucken uns dieses video doch einfach mal an oh hier hört man jetzt ne oh you can't handle the truth es gibt kein gott guter anstieg auf jeden fall und ich mag auch sein intro auch wenn es natürlich jetzt design technisch nicht kreativ ist eine neue frage von einem meiner zuschauer und zwar hallo herr fram da sie laut einem ihrer letzten videos sehr sehr lustiges bild ich liebe dieses bild ich würde gern ich würde es gerne so einer comic variante haben und auch mal auf so ein t-shirt ich glaube das fände ich sehr sehr schön ist nicht an ein leben nach dem tod glauben frage ich mich ob sie denn wenigstens an gott glauben zweitens falls nicht wie begründen sie das warum glauben sie nicht an gott und hier dieser pizza fragen er hat da verschiedene zuschauer die immer wieder fragen stellen und auch in seinem forum und manchmal nimmt er das als anlass um ein video draus zu machen mit hier hat er scheinbar vorher mal ein video gemacht zum thema leben nach dem tod und sagt ich glaube er hat das sogar genannt scheiß auf das leben nach dem tod und hier machte jetzt einfach ein antwort video auf eine andere frage und zwar ob er glaubt dass es gott gibt und wie sicher er sich ist dass es gott nicht gibt und da bin ich doch mal gespannt was seine antwort darauf ist direkt mal los mit frage 1 und zwar ob ich generell an gott glaube und da direkt mal eine gegenfrage welchen gott meinen sie denn genau von den circa 5000 göttern der menschheitsgeschichte man sie vielleicht zeus oder apollo oder botan oder krishna oder shiva oder meinen sie vielleicht zufällig nur das interessante hier ist das was als allererstes macht er sagt okay du fragst mich ob ich an gott glaube welchen gott meinst du denn es gibt so so viele götter welchen genau meinst du davon und das ist ein trugschluss weil die frage meint nicht glaubst du an welchen gott spezifisch glaubst du das war nicht die frage dann glaubst du allgemein dass es einen gott gibt und da ist es ja egal also wenn du muslim fragst ob er an gott glaubt sagt er ja dann sagt er nicht nein ich glaube an alle haben dann wenn du christin sagst ob du an gott glaubst dann sagt er nicht nee ich glaube an jahre oder so sondern er sagt aber ja ich glaube an gott so und wir alle glauben dann irgendwie an gott aber wir alle haben ein unterschiedliches bild von gott das ist der unterschied das verwechseln atheist noch die denken irgendwie hätten so konkurrierende götter und der eine glaubt dass der gott existiert der andere glaubt dass der gott existiert nein es gibt nur einen gott per definition gott ist allmächtig allwissend es kann nur einen allmächtigen geben gäbe es zwei allmächtige dann wer hätte dann die macht über den anderen wenn einer über den anderen die macht hat dann ist der alle ja schon nicht mehr allmächtig das heißt es kann immer nur einen allmächtigen gott geben rein logisch wenn beide allmächtig wären wären sie faktisch derselbe gott aber menschen können unterschiedliches bild davon haben wie gott ist und das ist dann die unterschiede der religion deswegen nutzen religion auch die selben argumente für die existenz gottes aber dann unterschiedliche argumente dafür warum ihre spezifische religion das richtige bild von gott vermittelt die frage ob gott existiert worum es in diesem video hier ja geht das ist eine andere frage es geht ja noch nicht um einen spezifischen gott sondern glaubst du einfach nur allgemein dass es gott gibt eine andere sache die noch da wichtig zu erwähnen ist was auch wieder von von leuten die wahrscheinlich ähnlich geprägt sind wahrscheinlich neue artheisten machen sie sagen ja es gibt so und so viele götter aber so viele götter gibt es gar nicht weil gott ist nicht gleich gott das nennt man auch erkubrikations fehlschluss das der fachbegriff dafür wenn man zwei begriffe nimmt die dasselbe bedeuten oder die gleich heißen aber nicht dasselbe bedeuten ein simples beispiel dafür ist das eisbrechen wenn ich jetzt sage ja ich habe gestern mich mit jemandem getroffen haben wir erst mal das eis gebrochen sagte ach und dann habt ihr so einen so eine stange eis genommen und die haben es verbrochen nein das meinte ich damit nicht aber du hast das doch gesagt oder wenn ich sage ich habe kein haustier und dann später zähle gestern da habe ich richtig schwein gehabt du hast doch gesagt du hast kein haustier dann ist das ein erkubrikations fehlschluss weil haus weil schwein gehabt ist nicht dasselbe wie schwein haben okay ein schwein besitzen schwein gehabt ist ein sprichwort ist einfach nur meint ich habe glück gehabt und ein schwein gehabt kann aber natürlich auch heißen ich habe ein schwein das ich besitze und da muss man natürlich gucken was ist damit gemeint aber wenn jemand sagt gott dann ist nicht unbedingt gott damit gemeint sondern viele götter sind dann ja gottheiten oder im englischen gibt es auch gard und dann gibt es auch gard mit einem kleinen g also gott mit großem g und gott mit kleinen g das ist ein unterschied dazwischen ist nicht dasselbe viele gottheiten sind halt einfach nur sozusagen unsichtbare superhelden mit krassen super fähigkeiten oder so das ist das ist nicht das was gott ist weil gott ist ja allmächtig all wissen der hat das universum gemacht und all diese dinge diese eigenschaften hat ein gott diese gottheiten haben das aber nicht diese gottheiten haben sind einfach nur irgendwie unsichtbare wesen mit superkräften manchmal sind es doch nur so symbolische wesen die eigentlich wo die leute gar nicht glauben dass die physikalisch existieren oder irgendwelche dinge bewirken können sondern es sind einfach nur so symbole oder wie auch denn welche religion du meinst aber gott ist da nicht gleich gott was man aber hier im westen tendenziell mit gott meint ist aber dieser gott der allmächtig ist der allwissend ist und da gibt es nicht so viele wenn du da nur das christentum und den islam ist also schon die hälfte der menschheit ungefähr abgedeckt beide aus der abrahamitischen tradition also eine religion tradition deckt die hälfte der menschheit ab also immer dieser gedanke von es gibt so viele gottheiten welcher davon ist es denn so viele gibt es gar nicht es gibt nicht so viele monotheistische religionen die alle matun das hat noch mehrere probleme wenn man so argumentiert da gehen wir aber später noch mal drauf ein oder shiva oder meinen sie vielleicht zufällig einen von den modernen die zurzeit gerade hip sind also aller beziehungsweise der christliche gott also das ist wieder rhetorik er versucht jetzt das so darzustellen dass jetzt gerade sind halt die der christliche gott und der muslimische gott in und nächste woche ist wieder jemand anderen in also versucht so dieses gefühl zu vermitteln das ist jetzt einfach gerade nur so ein hype aber der abrahamitische gott also der gott der juden der christen der muslime der man könnte auch sagen mormon man könnte sagen von den baha'i der ist so alt wie wir geschichte schreiben also wir können nicht genau sagen man das erste mal menschen daran geglaubt haben aber ungefähr so weit wie unsere geschichtsschreibung zurückgeht wo wirklich schriftliche aufzeichnungen stattgefunden haben ungefähr so weit können wir auch den abrahamitischen gott zurückerfolgen das christentum das ja ein ableger von diesem gottesglauben ist das geht es ist schon groß also dass man sagen kann es ist wirklich große religion seit gut 1500 jahren das ist nicht jetzt gerade hip also wenn man sagt ja das wird jetzt gerade hip und morgens wieder was anderes hip so so wie jetzt gerade ist dieser dieser rap in wo alle so reden wie wie frauen und mit so einer roboter frauenstimme irgendwie ich weiß gar nicht wie man das nennt wenn man das cloud rap ich glaube es noch mal was anderes aber dieses was für diese das finde ich ganz grausam aber diese diese musikrichtung wo wirklich jeglicher testosteron dem rap entsaugt wurde der ist jetzt gerade hip das jetzt gerade in aber das ist ja das ist ja nicht bei den religionen so die wir hier jetzt haben es gibt natürlich religionen gerade mode religion sind so bestimmte new age religion oder so die sind jetzt gerade hip aber das christentum ist nicht gerade hip oder oder das die islam ist nicht gerade hip und zu den anderen die er eben davor genannt hat krishna und shiva die sind auch nicht damals hip gewesen die sind auch jetzt noch die sind auch tausende von jahren alt und das sind hinduistische gottheiten das sind nicht mal gottheiten sind glaube ich so richtige götter ich bin aber kein experte was das angeht und die gibt es die beten heute auch schon seit ewigen zeiten an also es ist nicht so damals haben die leute an krishna glaubt und heute an den christlichen gott das ist quatsch das ist absoluter quatsch also es ist reine rhetorik um bei dir das gefühl auslösen jahr das ist jetzt halt gerade so und morgen ist wieder irgendwas anderes nee morgen wird das christentum immer noch da sein und übermorgen auch und in tausend jahren auch weil das christentum ist immer noch erwachsen auch wenn wir das hier im westen nicht immer so mitkriegen aber global gesehen wächst nach wie vor das christentum und der islam wächst auch also dass die gehen nicht so schnell weg und die sind schon sehr sehr alt oder meinen sie vielleicht sogar eins von den ganz modernen dingern von den verarsch religionen wie zum beispiel hier unten das fliegende spaghettimonster spaß beiseite ich gehe jetzt einfach mal davon aus dass sie den christlichen gott meinen und dazu kann ich sagen an den glaube ich nicht aber ich glaube auch nicht an die anderen 4999 das heißt ich bin atheist und damit mensch sei dank gottlos glücklich das heißt also ich finde seine bilder die er wählt sehr sehr witzig nicht wie sie nur 4999 von diesen behaupteten 5000 göttern ab sondern einfach noch ein mehr also alle 5000 also das ist das ist jetzt der trick der macht ich kann mich ganz nachvollziehen dass leute das als logisch empfinden aber wenn man nicht darüber nachdenkt dann klingt das erstmal nach irgendwas das klingt so nach einer aussage die irgendein irgendwann irgendeinen sinn macht aber das das argument da ist einfach nicht vorhanden was er sagt ist so etwas 4000 5000 gottheiten du lehnst 4999 davon ab und ich lehne eine mehr davon ab also sind wir größtenteils eigentlich einer meinung wir sind größtenteils ich lehne halt einfach nur eine noch mehr ab als du und das macht natürlich nicht so viel sinn also es wäre ungefähr so wie da liegt irgendein typ mit mit dem messer in der brust keine fingerabdrücke auf dem messer von ihm selbst sondern irgendwelche anderen fingerabdrücke und da liegt der brust irgendwie auf dem boden und dann sagt der erste inspektor ja ich glaube das war der hannis dann kommt der zweite detektiv und sagen ich glaube das war der maximilian da kommt der dritte meint dann ich glaube das ist der moritz gewesen und der vierte sagt dann ich glaube das war der der totoloris keine ahnung und die die streiten drüber und dann kommt der fünfte an und sagt pass mal auf ich glaube das war einfach gar keiner wie das war keiner ja guck mal du lehnst hier den moritz den totoloris und den maximilian und so ab und ich lehne einfach nur noch einen mehr ab die die alle sind sich einig einer hat den mord begangen die sind sich uneinig darüber wer der mörder ist oder man könnte auch sagen wie der mörder ist so bei der frage nach gott alle sind sich einig dass es einen gott gibt wir sind uns uneinig darüber wer dieser gott ist und wie gesagt diese 5000 ich weiß nicht woher diese zahl kommt vielleicht gab es wirklich 5000 verschiedenen monotheistische religionen aber natürlich rein praktisch gesehen gibt es nicht so viele verschiedene monotheistische glaubens traditionen das gibt es nicht und der nächste punkt da kommen wir aber später noch mal drauf er tut so als wären alle glaubens richtungen gleich wahrscheinlich und das wäre so reiner zufall welchen man wählt aber ist natürlich auch quatsch natürlich sind nicht alle gleich wahrscheinlich das ist so wenn du irgendwo fußabdrücke siehst ja und dann dann sagt ja ich glaube das war die person das war die person dann die haben ja alle unterschiedlich große füße und du kannst sagen ja bestimmte füße passen auf jeden fall nicht rein wenn wenn da so so ein kleines prinzesschen fußabdruck so von cinderella da irgendwie im schnee ist und dann dann kommt da so bigfoot an dann sagst du ja warum sollte es nicht bigfoot sein so ne bigfoot war es nicht guck dir mal den fußabdruck an so und deswegen können wir können natürlich verschiedene religionen uns angucken gucken wie wahrscheinlich sind die welche argumente geben diese leute dafür dass ihre religion die richtige ist welchen erfolg hat diese religion nachzuweisen welche welche niederschläge hat diese religion welche dunklen seiten gibt es in dieser religion und man kann dementsprechend natürlich sagen manche religionen sind definitiv wahrscheinlicher als andere wie viele antworten kann uns diese religion auf fragen geben die logisch kohärent sind all solche sachen kann man sich angucken und man kann darüber streiten vielleicht sagst du ja christentum ist total dumm und ich schreibe dir warum es dumm ist in die kommentare also schreib ruhig rein wir wollen auf so viele kommentare wie möglich antworten wenn du denkst christentum total dämlich und macht keinen sinn schreib es mir ruhig unten rein es interessiert mich ich lese das gerne durch macht das gerne aber trotzdem nicht jede nicht jeder glaube ist gleich wahrscheinlich und auch ein atheist ist also das glaube ich zu erkennen geben dass es bestimmte bestimmte glauben traditionen gibt die deutlich unwahrscheinlicher sind als andere selbst wenn du nicht an gott glaubst und glaubst gott generell ist unwahrscheinlich würdest du nie ernsthaft postulieren dass alle diese glauben traditionen gleich unwahrscheinlich sind und unlogisch und und wie auch immer also da glaube ich können wir gemeinsam ein nennen finden und das auch ein fehler den er hier macht bei seiner logik mit den 5000 göttern okay frage zwei war falls sie nicht daran glauben wie begründen sie das warum glauben sie nicht an gott ja praktisch aus den gleichen gründen warum sie nicht an zeus an ala an krishna shiva votan apollo und wie sie alle heißen und alle anderen 5000 göttern glauben also er meint er weiß warum ich nicht an diese anderen götter glauben glaube beziehungsweise warum ich an meinen gott glaube weil der grund warum ich an die anderen götter nicht glaube ist ja weil ich an meinen gott glaube ich bin von meinem überzeugt von meiner glaubens tradition nennen wir es mal so von der bin ich überzeugt und die schließt die anderen gottheiten automatisch aus so das ist so wie wenn wenn ich jetzt eine berechnung mache und dann komme ich am ende auf ein ergebnis dann muss ich mir nicht noch jedes andere ergebnis das mit meinem ergebnis im widerspruch steht angucken ich habe dann meinen guck zu meinen schlüssen gekommen gesagt okay das glaube ich jetzt das halte ich jetzt für richtig und dann sind natürlich alle anderen sachen die automatisch nicht das sind was ich für richtig halte falsch weil sie sich weil die dem widersprechen natürlich kann manche sachen damit kompatibel sein aber viele sachen sind sind falsch das heißt nicht dass man sich die sachen gar nicht mehr angucken soll oder oder sich komplett fern davon halten muss oder nicht mehr offen für veränderung ist darum geht es gar nicht aber ich meine der grund ist weil ich an meinen gott glaube dann brauche ich die anderen nicht mehr glauben weil die widersprechen meinem gott ja also das wird aber nicht das sein was er jetzt sagt ich kenne das video ja schon schauen wir mal was er sagt und zwar erstens weil ich nicht von kindheit an damit indoktriniert wurde dass es angeblich wahr ist und zweitens weil mich die argumente nicht überzeugt haben also erstens weil er von kindern nicht damit indoktriniert wurde das bedeutet aber er wurde mit was anderem indoktriniert und zwar dass es gott nicht gibt es gibt auch einige studien will ich jetzt kann ich jetzt auch gar nicht im detail darauf eingehen weil ich die jetzt hier nicht vorliegen habe die zeigen dass kinder intuitiv einen gewissen gott glauben haben also das heißt wenn wenn du dass man den meisten kindern eher ausreden muss dass es sowas wie einen gott gibt sie intuitiv erst mal davon ausgehen dass es sowas gibt und zweitens wenn die argumente nicht überzeugt haben wenn das der fall ist und ihnen die argumente nicht überzeugt haben dann sagte damit ja dass er sich mit den argumenten beschäftigt hat dass er weiß welche argumente gibt es und dann würde man ja erwarten dass er jetzt ein vernünftiges argument darstellt und es entkräftet so als beispiel und da bin ich mal gespannt was wir da jetzt hören von ja die frage können sie witzigerweise besser beantworten als ich selbst weil sie ja selbst besser wissen wie sie sich mit den anderen göttern fühlen also jetzt geht es um gefühl was sie gegenüber zeus ala apollo und so weiter haben das wird wahrscheinlich ziemlich oder relativ ähnlich sein zu dem was ich ja gegenüber allen anderen göttern inklusive ihrem auch habe denn genau das also wahrscheinlich meint der die denken an praktische atheismus das ist ja was total verrücktes oder eine riesen eigene welt anschauen was ja total anders dabei sind sie halt selbst in bezug auf alle anderen 4.999 gottheiten ja auch atheisten und bezeichnet das dann ja auch nicht als riesen verrückte welt nein nein das funktioniert nicht wir gucken mal ganz kurz nach was atheismus bedeutet er meinte gerade wir sind in bezug auf die anderen götter atheisten ich gucke mal kurz atheismus definition gucken wir mal im internet kurz nach was das heißt also was jetzt erstmal das wörterbuch raushaut das google vorschlägt keine ahnung woher das hat ist weltanschauung wohl gerade noch gesagt dass keine weltanschauung die die existenz eines gottes verneint beziehungsweise bezweifelt beziehungsweise bezweifelt ich würde jetzt gern noch mal ein vernünftiges nehmen wir mal den duden der ist ja recht recht beliebt bedeutung ja hier auch weltanschauung die die existenz eines gottes verneint beziehungsweise bezweifelt also äh so viel zum thema das ist keine weltanschauung ähm gucken wir aber noch mal weiter es ist nicht die einzige definition die es gibt wir gucken mal was was wikipedia dazu sagt atheismus bezeichnet die abwesenheit oder ablehnung des glaubens an gott beziehungsweise götter das ist das was ich meistens eher höre ähm was 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 die definition von atheismus ist vor allem von den neuen atheisten atheismus bedeutet einfach nur dass ich ein lack of belief habe in gott das ist so was sie immer wieder sagen ich habe einfach nur einen fehlenden glauben ich mache keine positive aussage ist natürlich unsinn natürlich machen sie eine positive aussage kommen wir auch nachher nochmal zu ähm aber ich habe einfach einen mangel an glauben das ist das was sie sagen mal mal schauen was äh was peter fragen jetzt dazu sagt und bezeichnet das dann ja auch nicht als riesen verrückte weltanschauung und ich gehe jetzt mal stark von aus sie sind ja wahrscheinlich auch a fe ist und a einhorn ist und a kobold ist und a weihnachtsmann ist und so weiter also er möchte sagen ja guck mal du glaubst ja an ganz viele sachen nicht ähm die es nicht gibt du glaubst es gibt keine kobolde du glaubst es gibt keine feen und das ist ja keine eigene weltanschauung dass du das nicht glaubst ähm aber natürlich verändert das dein weltbild in einem gewissen maße wenn du glaubst es gibt feen oder du glaubst es gibt keine feen das macht etwas mit deinem weltbild dein weltbild ist ein anderes wenn du glaubst wenn du an eine welt glaubst in der feen existieren können dann hast du ein anderes weltbild ähm das ist vielleicht nicht so mega entscheidend im bereich der feen aber bei gott ist das sehr entscheidend wenn wenn du glaubst es gibt einen gott oder du glaubst nicht dass es einen gott gibt das verändert alles es verändert alles in deinem weltbild ähm äh es gibt sehr 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 schwierig eine objektive moral zu zu etablieren ohne einen gott oder ich würde sogar behaupten unmöglich äh also es gibt kein wirkliches richtig und falsch ohne gott ne ob etwas wenn wenn jemand ein kleines kind umbringt und vergewaltigt vorher dann ist das aus einer atheistischen sicht nicht objektiv falsch manche würden das vielleicht sagen aber ich behaupte die können es nicht logisch kohärent äh begründen dass das wirklich objektiv falsch ist sondern es ist immer mehr so eine geschmackssache und es ist es mündet halt ganz ganz oft im mindestens moralischen nihilismus oft auch in einem kompletten nihilismus auf lange Sicht wenn man wirklich wirklich konsequent atheistisch ist und versucht logisch sein weltbild logisch kohärent zu gestalten äh landest an der regel eigentlich immer in der bedeutungslosigkeit alles ist eigentlich wirklich willkürlich bedeutungslos wir sind einfach nur naturalistische moleküle atome die durch die gegend schwirren wir sind alles sternstaub und was ist an dem einen sternstaub wichtiger als dem anderen eigentlich nichts aber ich persönlich habe halt erfahrung und ich möchte dass es mir gut geht so da darauf läuft es am ende dann am ende hinaus ist dann eigentlich nur noch so ein nihilismus das ist der philosophische begriff dafür ähm und atheisten vor allem die neuen atheisten mögen das nicht zu gerne zugeben dass es da einen zusammenhang gibt die sagen ja da gibt es keinen zusammenhang zwischen aber natürlich gibt es da einen zusammenhang gibt es einen ganz klaren zusammenhang klaren kausal zusammenhang der besteht zwischen atheismus und vielen weltanschauungen ich meine es ist doch es ist offensichtlich warum warum die einzige wirkliche opposition heutzutage im westen gegen abtreibung von christen kommt das macht halt einen unterschied ob du an gott glaubst oder nicht und und atheismus und die statistiken sind darin überwältigend sind viel viel eher für abtreibung als als christen also die 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 opposition unter atheisten gegen abtreibung ist super klein super kleiner bei christen ist die richtig hoch nennst du kannst selber jetzt abtreibung hat zu meinen was auch immer du willst ich sage nur das verändert dein weltbild komplett das ist auch der grund warum atheisten die neuen atheisten im internet immer so viel darüber reden weil es dein weltbild verändert aber wenn wir dann sagen okay aber das kann auch hier und da dein weltbild zum negativen verändern wenn du nicht an gott glaubst dann werden die leute immer ausweich sagen ja aber ich bin ja ich glaube ich habe einfach nur einen mangel an glauben an gott das hat keinen zusammenhang damit und naja das ist immer so ein kleiner trick den dann diese leute auf dem kasten haben ist ja okay jeder hat ja so seine schwächen und das ist so eine typische schwäche der neuen atheisten ich guck mal was jetzt der peter hier noch weiter sagt ihr wollt ja das video wird lang ich merke das schon und a loch nest monster ist also sie kennen das ja praktisch atheist zu sein beziehungsweise an was nicht zu glauben oder über natürliche phänomene und behauptungen die aufgestellt werden einfach abzulehnen und nichts anderes ist ja atheismus erstmal nur das heißt die ablehnung von gottes behauptungen ne das ist nicht richtig also die definition von atheismus kann sein dass man sie nennt ablehnung von gottes behauptungen das kann man so definieren aber das ist ein fehler den den neuen art ist ganz oft begehen im internet sie verwechseln die definition einer sache mit der sache selbst weil die definition einer sache ist nie nur die sache also ein simples beispiel wenn gehen wir mal die die definition von kommunismus sei ja nun mal so als beispiel jetzt haben wir hier bei google google hier verschiedene definitionen die es uns das direkt ausspuckt sagt einmal nach karl marx die auf dem sozialismus folgende entwicklungsstufe in der alle produktionsmittel und erzeugnisse in das gemeinsame eigentum der staatsbürger übergehen und alle klassen gesetze überwunden sind ich werde das mal ein bisschen vereinfachen für das beispiel wir nennen jetzt einfach mal die definition gehen wir mal davon aus kommunismus würde man verstehen als es gibt kein private eigentum mehr und es gibt keine hierarchien mehr also keiner steht über dir kann steht unter dir alle sind gleich also alle sind gleich es gibt kein private eigentum mehr das ist die definition von kommunismus und wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt ja er ist kommunist dann würde ich zu dem sagen also bist du für massensterben du willst dafür dass das millionen menschen in konzentrationslager gesperrt werden du willst dass das menschen umgebracht werden dass menschen verhungern und sagen nein nein dafür bin ich nicht guck doch noch mal die definition von kommunismus nach da steht es kommunismus ist einfach nur das ablehnen von hierarchie und es ist das ablehnen von private eigentum ich bin nur dafür das ist die definition von kommunismus aber kommunismus ist viel mehr als diese definition so das wäre das wäre ungefähr so wie wie wenn ich stelle vor ich ziehe in irgendeine wg und und ich habe da so ein so ein schrank ich mal gucken ob wir das für einen schrank da stehen definition von schrank ich stelle ich habe da so ein schrank stehen und ich würde dann da das dann ganz ganz körperlich schwacher mitbewohner und der steht dann da die ganze zeit im flur rum und ich sage dann zu ihm pass mal auf könntest du nicht einfach den den schrank nachher rüber räumen in mein zimmer und dann sagt er du würd ich gern machen aber der schrank ist einfach zu schwer ich kann ich kann ihn nicht bewegen ich krieg das alleine nicht hin und wenn man würde ich ihn auslachen sagen guck dir doch mal die definition von schrank an ein schrank ist ein höheres kastenartiges mit türen versehenes oft verschließbares möbelstück zur aufbewahrung von kleidung geschirr büchern nahrungsmittel und anderem okay da steht nirgendwo drin dass ein schrank schwer ist die definition von schrank enthält nicht dass ein schrank schwer ist also kannst du den schrank auch tragen das ist natürlich quatsch weil der schrank ist ja nicht nur seine definition das ist man versucht nur mit der definition dass man den begriff identifizieren kann dass alle wissen worüber wir reden aber jedem ist bewusst dass ein konzept noch viel viel mehr ist als nur seine definition und das ist der fehler den du bei neuen artisten immer siehst die die nehmen so eine spezielle definition von atheismus nicht mal die die ich eben gezeigt habe wo sogar drin steht dass es eine weltanschauung ist sondern die ist es einfach nur mangel an glauben aber dass das unglaublich starke auswirkungen hat auf das weltbild in allen bereichen deines weltbildes also so ziemlich fast kein bereich deines weltbildes bleibt unangetastet bei der frage ob gott existiert oder nicht ob es gott gibt wenn gott existiert ändert sich alles alles bis ins letzte kleinste detail weil wenn gott existiert dann hat in deinem leben bedeutung dann ist alles was du tust bedeutungsvoll alles ist entscheidend wenn gott nicht existiert dann ist die wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch dass nichts bedeutung hat eigentlich sachen sind nur subjektiv bedeutungsvoll im endeffekt bist du dann gott du entscheidest was du als bedeutungsvolle achtest oder nicht aber es gibt keine instanz über dir die das für dich entscheiden kann du musst es selber entscheiden und du kannst es besser finden ich sage nicht dass das eine jetzt richtig oder falsch ist versteht mich nicht falsch ich argumentiere hier gerade überhaupt nicht für gottes existenz ich analysiere nur mal sein video aber das ich will nur deutlich machen das verändert alles der glaube an gott verändert alles in deinem weltbild und deswegen kann man auch sagen atheismus ist ein weltbild auch wenn es nicht das atheistische weltbild gibt es gibt ja auch nicht das christliche weltbild in dem sinne christen glauben alles mögliche unterschiedliche trotzdem gibt es auch das christliche weltbild man kann so allgemein auf die gesamte masse der christen gucken gucken so was glauben denn so die christen und genauso kannst du auf die gesamte masse der atheisten gucken vor allem jetzt hier im westen und sagen was glauben denn so die atheisten hier im westen und dann kann sagen dass das atheistische weltbild da nur weil man das nicht ganz klar abgrenzen kann und manche atheisten hier und da dinge anders sehen heißt das nicht dass man nicht von dem atheistischen weltbild sprechen kann das ist ja ein denkfehler den die haben aber das ist eine rhetorische strategie weil sie damit ausweichen damit machen sie sich unangreifbar denn man kann sie nicht angreifen weil sie lehnen ja nur gott ab und das ist ja die definition von atheismus sie machen halt bei einem von diesen 5000 göttern eine ausnahme und die mache ich persönlich halt einfach nicht das stimmt nicht wir machen keine ausnahme wir alle sind uns einig wir alle 5000 religionen wir alle sind uns einig es gibt gott also keiner macht hier irgendeine ausnahme das heißt ich schließe es einfach noch einen mehr und damit alle 5000 aus und wie gesagt fragen sie sich einfach selbst warum glauben sie nicht an feen an weihnachtsmänner an osterhasen an einhörner oder eben an die anderen 4999 behaupteten gottheiten und dann haben sie auch gleichzeitig meinen grund und zwar weil einfach keine hinweise drauf vorliegen dass es sowas überhaupt gibt und wie gesagt die bisherigen argumente wenn man es denn überhaupt so nennen kann die hauen mich jetzt auch nicht gerade vom hocker bisher ja zum beispiel so knaller wie ja aber die wissenschaft weiß nicht genau wie das universum entstanden ist und deshalb muss es auf jeden fall zauberei gewesen sein deshalb war es das fliegende einhorn oder spaghettimonster ja also hier nennt er jetzt ein argument das ist ein so genanntes stromann argument das heißt es ist ein argument das nie einer machen würde also zumindest kein christlicher apologet den ich kennen würde kein christlicher theologe kein evangelist niemand noch nie habe ich so ein argument jemals gehört dass das so also das so gemacht wurde in der vergangen also bestimmt haben was mal leute gemacht aber das ist nicht grundsätzlich wie argumentiert wird dieses argument von wegen wir wissen nicht wie das wie das universum entstanden ist folglich muss es gott gewesen sein ist natürlich quatsch dass das das sagt keiner es gibt argumente die sich die das sich auf den anfang des universums beziehen aber nicht in dieser weise der kann ja auch mal ein anderes video darüber machen wenn euch das interessiert die man vom anfang des universums aus für die existenz gottes argumentiert und da gibt es argumente ich finde die ganz gut ich würde nie behaupten dass die jetzt zu 100 prozent die die frage eindeutig klären aber ich finde es sind legitime argumente wo gott als ein wird dann nimmt benutzt man die erklärkraft von gott quasi und sagt gott ist da eine super gute simple erklärung und man kann darüber streiten ob man das kann man auch anders sehen aber die würden sagen wir finden das ist eine gute eloquente elegante erklärung für den anfang des universums weil das anfang des universums hat verschiedene probleme verschiedene schwierigkeiten und das konzept eines gottes kann dieses problem mit leichtigkeit lösen und deswegen ist es eine vernünftige annahme zu sagen es könnte gott gewesen sein der das universum überhaupt angefangen hat dass der dafür angesorgt dass das universum überhaupt angefangen hat zu existieren aber das ist nicht das argument das argument funktioniert anders da müsste man ein bisschen tiefer reingehen könnte ich ein eigenes video mal drüber machen wenn das leute interessiert wie man da argumentiert auf diese art und weise aber niemand sagt die wissenschaft versteht das und das nicht folglich gott also das ist quatsch dass dieses argument existiert nicht nur im kopf von peter fram und vielen neuen atheisten die nicht genau zuhören wenn apologeten reden was nirgendwo hinführt weil dann kann man wieder nicht unterscheiden welcher von den 5000 war es denn jetzt muss man natürlich auch nicht also es geht ja erstmal um die frage ob gott existiert nicht um die frage wie genau ist gott jetzt wie hat er sich geoffenbart was es sein will das ist eine frage die kommt erst danach erst etablierst du dass er ist und danach kannst du darüber reden wie gott ist und manche regen sich dann auf wenn ich einhörner und das lochnestmonster und den weihnachtsmann und den osterhasen und so weiter mit aller und co in einem atemzug nenne aber die beweislage für alle dieser 5000 götter plus fabelwesen und so weiter ist halt exakt genau gleich 0,0 prozent wie kommt der darauf also das finde ich interessant wie kommst du darauf dass die beweislage 0,0 prozent ist und was ist 0,0 prozent was ist was ist 5 prozent wann hat man eine beweislage von 5 prozent ich weiß gar nicht ob man jemals in irgendeiner situation beweise in prozent misst also wenn du sagst es gibt einfach keine beweise dann ja keine ahnung also ich sehe es anders es gibt beweise gibt es sowieso nicht beweise gibt es nur in der mathematik meiner ansicht nach und vielleicht gibt es auch noch manche beweise in der logik aber so in der realität wissenschaft beweist zum beispiel auch nicht wissenschaft belegt nur dinge manche dinge kann man wissenschaftlich belegen beweisen kann man nichts und gottes es gibt halt einfach gute argumente für die existenz gottes und eins davon werde ich am ende des videos noch präsentieren also bleibt auf jeden fall dran dann werdet ihr noch gutes video ein gutes argument am ende hören deshalb heißt es ja auch glauben und nicht wissen denn wenn es beweise gibt dann bräuchte man ja nichts glauben nee das ist quatsch glauben müssen wir ganz viel wie gesagt beweise gibt es sowieso nur in der mathematik und selbst da muss man ein bisschen glauben muss am eigenen verstand glauben dass das ja richtig gearbeitet hat aber glauben musst du sowieso also du kannst nicht nie etwas zu 100% beweisen und das wort glaube wie es im christentum zumindest verstanden wird ist nicht da geht es nicht um die existenz gottes sondern da geht es darum gott zu vertrauen also wenn man im christentum von glaube spricht dann meint man sowas wie du hast gerade eine richtig schwierige phase erlebst gerade ganz viel leid in deinem leben aber du sollst trotzdem glauben du sollst trotzdem vertrauen dass gott alles unter kontrolle hat und dass er am ende alles zum guten bringen wird das ist mit glaube gemeint es geht um glaube nicht ja du hast keine ahnung ob gott existiert aber du sollst trotzdem glauben manche leute haben das in der vergangenheit manchmal so benutzt aber das ist eigentlich nicht die traditionelle auslegung von von diesem begriff und wie wir in der bibel verwendet wird und auch etymologisch sondern die forschung über die die wortherkunft ist das nicht das was das meint sondern tatsächlich vertrauen in gott auch in schwierigen lagen in schwierigen situationen das ist das ist das was der begriff glaube eigentlich meint das ist auch der wie er wie ich ihn in meinem leben den meisten predigten gehört habe verwendet habe so wie wenn ich die bibel lese er eigentlich dort immer verwendet wird und gemeint ist und diese dieser gedanke von ja man muss irgendwas glauben obwohl es keine hinweise darauf gibt es geht mehr darum du musst glauben dass gott gut ist deshalb ist atheismus auch weniger eine weltansicht als viele glauben sondern es ist mehr einfach nur eine antwort auf eine behauptung und zwar ist die behauptung es gibt einen gott oder götter und atheisten hören sich das an und sagen dann überzeugt mich nicht glaube ich nicht dran lehne ich ab es ist tatsächlich viel viel mehr es ist tatsächlich die frage nach hat das universum eine bedeutung wenn manche sagen ja ich glaube da kommt jeder gleich auch noch darauf ein auf das thema beweislast manche sagen wenn du was behauptet dann hast musst du auch beweisen dass das was du sagst stimmt das stimmt aber nicht immer weil wenn du das konsequent durchziehen würdest wenn du sagst immer derjenige der eine behauptung aufstellt der muss sie auch beweisen wenn du das wenn das immer dein deine voraussetzung wäre dann dann müsstest du dann wirst du ein sollebsist nennt man das das heißt du würdest nur glauben dass du existierst weil die alle müssten dir erstmal beweisen dass dass das irgendwas anderes existiert außer du selbst und das ist völlig unmöglich zu beweisen das heißt du würdest so ein wahnsinniger typ werden der sich so irgendwo einsperrt und sagt nur ich existiere dass ich bilde mir alles nur ein natürlich manche sachen wenn wenn ich einen baum sehe und sage da drüben ist ein baum dann muss ich nicht erst beweisen dass da ein baum ist und da muss dann nicht irgendwie jemand der sagt nie da ist kein baum mehr hat dann in meinen augen erstmal die weißlast dann merkt man auch dass das relativ ist und so ist es auch bei gott und deswegen komme ich da drauf wenn jemand zu mir sagt es gibt kein gott dann würde ich den fragen ja wie kann denn dann das universum einen sinn haben und dann gibt es nur zwei möglichkeiten entweder versucht er mir eine antwort darauf entweder sagt ja keine ahnung irgendwie dann sage ich ja gut das finde ich aber eine blöde antwort das reicht mir nicht ich will mir darauf eine antwort haben dann sagt er vielleicht ja nicht das universum hat keinen sinn dann würde ich sagen das ist ja unsinn also das universum muss doch irgendeinen sinn haben das kann ja nicht alles sinnlos sein das kann ja nicht alles bedeutungslos sein das würde ja wortwörtlich keinen sinn machen und wir sehen in allen dingen immer einen sinn wir machen das im alltag überall wenn ich irgendwie jetzt hier raus gucke und ich sehe da einen baum dann denke ich es hat einen sinn warum der von unten nach oben wächst es ist ein sinn warum die äste sich so verhalten wie sie sich verhalten es hat alles irgendwie einen sinn wenn wenn ich irgendwo eine autobahn runter gucke dann denke ich es hat einen sinn warum jetzt die person da mit dem auto da lang fährt und es gibt vielleicht mal hier und da eine ausnahme wo was keinen sinn macht aber grundsätzlich machen die dinge immer einen sinn und es gibt für mich keinen grund anzunehmen dass es mit dem universum anders sein sollte das universum muss irgendwie einen sinn haben aus meiner perspektive raus das ist eine ganz starke intuition die ich habe dass das irgendeinen sinn haben wird und ich sehe keine logische gute antwort die man darauf geben kann ohne gott gott man kann ganz einfach dem sinn geben wenn er der schöpfer ist dann hat er natürlich irgendeinen gedanken im kopf gehabt und es muss ein gott gewesen sein weil derjenige der das universum macht der muss allmächtig sein sonst kann er das universum nicht machen und er muss einen willen haben sonst kann er dem universum keinen sinn geben es kann ihm keinen zweck zu schreiben und dementsprechend wäre es dann sehr sehr einfach für mich zu sagen okay ich würde erstmal erwarten dass du mir entweder wenn du sagst es gibt keinen gott dann hast du die beweis dass du hast die beweis dass mir zu zeigen entweder dass das universum keinen sinn hat belegen jetzt hat keinen sinn weil meine startposition genauso wie ich glaube dass ich mir nicht alles um mich herum einbilder sondern dass diese welt hier wirklich existiert genauso würde mir erstmal würde ich da erwarten dass mir leute beweisen dass dass der computer hier nicht existiert dass das mikrofon hier nicht existiert da würde ich beweise von dir erwarten ich gehe davon aus dass die sachen echt sind genauso gehe ich davon aus dass das universum einen sinn hat und die einzige die antwort die ich auf die ich immer komme die irgendwie logisch in sich schlüssig ist ist die dass es einen gott gibt der dem universum einen sinn gegeben hat der den der das universum mit einem zweck geschaffen hat wenn du mir keine andere antwort darauf geben kannst oder belegen kannst dass das universum keinen sinn macht dann werde ich daran festhalten dass es gott gibt und dann bleibe ich halt und deswegen das ist das ding wenn wenn du sagst du bist atheist hat macht das ganz viel mit dem weltbild das ist eine riesen weltanschauung in dem sinne natürlich kann die sehr unterschiedlich aussehen aber es hat es ist ein startpunkt der alles andere verändert in deinem weltbild weil plötzlich eigentlich alles sinnlos ist oder du musst irgendwelche ganz komischen abstrusen theorien erschaffen die irgendwie versuchen zu erklären warum das universum einen sinn hat bis eventuell bessere argumente kommen das höre ich mir dann gerne noch mal an aber wenn die dann auch wieder für mich nicht ausreichen dann glaube ich halt immer noch nicht dran okay kommen wir mal zur dritten frage und zwar wie sicher sind sie dass es gott nicht gibt ja und da als antwort auch wieder im grunde genommen genauso sicher beziehungsweise wahrscheinlich sehr sehr ähnlich sicher wie sie sich sicher sind dass es keine einhörner weihnachtsmänner anderen götter wie zeus und co oder sonstige fabelwesen gibt also im prinzip ziemlich sicher bei mir persönlich auf einer skala von 0 bis 10 wäre das wahrscheinlich eine 9 und mehr geht auch nicht weil es natürlich theoretisch immer sein kann dass einer von diesen 5000 göttern dann am ende doch existiert und die nicht existenz von irgendwas kann man sowieso nicht beweisen natürlich kann man die nicht existenz von dingen beweisen es gibt keine es gibt keine runden vierecke kann ich dir beweisen also geht höchstens eine 9 von 10 das heißt wenn jetzt jemand behauptet ich bin mir 100 prozent sicher das ist blödsinn wie will er denn 100 prozent sicher sein dass es keine gottheit gibt ja sind sie 100 prozent sicher dass es keine rosa elefanten gibt geht einfach nicht das heißt die nicht existenz von irgendwas kann einfach nicht bewiesen werden weil doch wie gesagt manche dinge schon vor allem wenn es um metaphysische und abstrakte dinge gibt so wie gott gott ist was metaphysisches gott ist ja nicht teil des universums gott ist ja nicht irgendwo und auf einem bestimmten planeten oder weiß ich nicht wo das ist ich weiß glaube die mormonen glauben sowas bin ich ganz sicher aber das ist nicht das was klassisch theistisch gelehrt wurde schon seit augustinus und wahrscheinlich auch davor gott war immer schon außerhalb dieser welt der war nicht teil dieser welt er war außerhalb von raum und zeit und allmächtig allwissend und so weiter und so fort also er ist er ist nicht teil dieses universums ist kein objekt in diesem universum deswegen macht diese alles was er da redet macht überhaupt gar keinen sinn hat gar keinen bezug zu zu der frage nach gott wieder so ein geiles argument von vielen gläubigen dass sie dann sagen ja dann beweisen wir doch dass es keinen gott gibt ja doch das würde ich gerne wissen also belegt mir doch dass das universum keinen sinn macht oder belegt mir dass das universum einen sinn haben kann ohne gott wo ich dann immer antworte er dann beweist du mir aber vorher bitte noch mal kurz dass es keine unsichtbaren rosa farben einhörner gibt was völlig anderes ist eine ontologisch andere kategorie ist ein physikalisches objekt im universum das heißt die nicht existenz von irgendwas kann nie bewiesen werden doch kann ich kann dir beweisen dass es keine runden dreiecke gibt und deshalb liegt ja auch die beweislast für eine behauptung immer beim behauptenden das habe ich ja gerade schon erklärt das ist nicht immer so bei physikalischen objekten universum ist das grundsätzlich so auch wenn es da vielleicht ausnahmen geben kann aber metaphysischen sachen ist es dann einfach subjektiv ich habe die intuition sehr sehr stark dass dinge einen sinn ergeben dass das universum nicht deshalb auch nicht sinnlos sein muss oder sollte und demnach gehe ich erstmal davon aus dass das universum einen sinn hat und wenn jemand behauptet es gibt keinen gott assoziere ich sofort damit dass dieses universum auch keinen sinn haben kann und ich kann mir auch momentan nicht vorstellen ich habe noch nie eine theorie gehört die postulieren kann in einer logisch kohärenten weise dass das universum sinn ergibt folglich hast du die beweis dass wenn du zu mir kommst und behaupten wird es gibt keinen gott wie ich auch in dem anderen video gesagt habe wo es um das leben nach dem tod geht wenn ich jetzt behaupte ich bin gestern nacht von den toten auferstanden oder von aliens entführt worden da liegt die beweislast für diese behauptung er beim behaupten denn das heißt bei mir dann kann ich ja schlecht sagen im moment wenn du mir nicht das gegenteil beweisen kannst dann stimmt grund genommen einfache logik aber naja das stimmt auch nicht so ganz das ist natürlich immer auch die frage wem beweise ich das also wenn wenn ich jetzt denn wenn jetzt ein mein bester freund ja mir erzählen würde er wurde gestern von aliens entführt und er war komplett wach er hat keine drogen genommen er war auch es war auch völlig unmöglich dass ich mir hätte jemand sowas zuführen können und die haben ihn auf irgendein raumschiff dann dann hätte ich da jetzt nicht so eine hohe beweislast wie wenn das irgendein typ im internet behauptet ich würde wäre da eher geneigt das zu glauben als wenn das irgendein typ behauptet also die beweislast ist nicht immer gleich und wenn ich das selber erlebe dann muss ich an mir nicht sagen wo gibt es aber studien von leuten die entführt wurden wenn ich selber das erlebt habe habe ich auch eine andere beweislast mir selbst gegenüber aber klar wenn jetzt irgendjemand im internet behauptet er wurde von aliens entführt damit ich ihm glaube hat er eine gewisse beweislast vorzubringen aber ich behaupte ja hier jetzt auch nicht dass gott existiert ich sage ich glaube das aber du musst es ja nicht glauben das ist meine meinung und du hast deine meinung ich kritisiere nur dein video gerade bei diesem thema hier da ist es halt mit einfacher logik nicht immer so leicht weil das thema halt für viele relativ tief sitzt und auch mit ordentlichen emotionen aufgeladen auch bei vielen atheisten auf jeden fall und bevor da vernünftig diskutiert werden kann und das werdet ihr wahrscheinlich auch in den kommentaren hier unter dem video sehen behaupte ich ist es halt meistens schon viel zu spät weil die emotionen schon da sind besteht insgesamt die möglichkeit dass ich mich irre und dass es doch einen gott gibt und ich doch dann am ende in der hölle schmore klar die besteht immer aber die besteht natürlich auch genauso für jeden gläubigen denn das jetzt ausgerechnet gerade der eine gott von den fünftausenden an den ich jetzt da zufällig gerade glaube dass ausgerechnet der der richtige ist das ist praktisch genauso unwahrscheinlich als wenn ich sage ja dann glaube ich halt an gar keinen davon denn jetzt natürlich quatsch das haben wir jetzt schon durchgegangen weil wir alle sind es ja eigentlich dass es einen gott gibt haben unterschiedliche ansichten darüber wie gott ist und natürlich haben nicht alle religionen die ansicht dass es eine hölle gibt und ich persönlich würde behaupten dass das christentum auch eigentlich traditionell was anderes lehrt unter der hölle als was viele darunter verstehen ich habe auch auf jeden fall nicht die das das main die mainstream ansicht über hölle dass das irgendwie so nord ist wo gott menschen foltert oder so oder der teufel dann irgendwie menschen foltert oder so das halte ich für biblisch unhaltbar und kirchentheologisch traditionsgeschichtlich ist das auch schwer zu zu halten tatsächlich kommt es es kommt es durch eine vermischung von heidnischen vorstellungen von der hölle mit dem christentum und dadurch ist das moderne bild der hölle entstanden ist aber eigentlich nicht das wirklich biblische bild der hölle aber es ein anderes thema nicht nicht jede religion von den hatten höllen vorstellung folglich kann ich nicht kann ich nicht in die hölle kommen weil ich nicht an pastafari geglaubt habe weil es da wahrscheinlich keine hölle gibt keine ahnung ob man jetzt 5000 zu 1 oder 4999 zu 1 hat das macht dann am ende den bock auch nicht mehr fett naja aber wenn sich alle einig sind dass es einen gott gibt und du bist der einzige sagt es gibt keinen gott dann haben die anderen immerhin überhaupt eine chance richtig zerlegen und du liegst ja auf jeden fall falsch also an vorausgesetzt es gibt einen gott und ein zusätzlicher grund warum ich persönlich jetzt nicht an gott glaube beziehungsweise auch nicht der allergrößte fern von diesem ganzen konzept bin ist weil ich mich natürlich aufgrund meines jobs sie auch viel mit dem thema auseinandergesetzt habe vor allem mit dem thema matrix soziale programmierung psychologie und vor allem auch mit der menschlichen natur und auch deren tücken und stolper ja das finde ich interessant ich glaube ich werde das video jetzt hier abbrechen ihr könnt euch noch gerne so weiter gucken er redet jetzt noch so ein bisschen über die psychologie wir springen gleich noch an eine stelle die er später wo er noch mal was anderes sagt über neil degrasse tyson das fände ich noch interessant neil degrasse tyson muss man korrekter weise aussprechen da können wir gleich noch mal hinspringen und uns das noch mal angucken was er was er dazu sagen hat aber sonst glaube ich wird das video hier ist uns einfach zu lang wenn wir jetzt noch alles was er sagt anhören aber hier begeht einfach den fehler dass er glaubt dass atheisten ihre kinder nicht programmieren würden dass man unprogrammiert sein könnte weil atheisten werden genauso indoktriniert wie wie teisten wir indoktrinieren uns immer wir können nicht unprogrammiert sein als menschen wir können unterschiedlich programmiert sein und das ist so ein bisschen da wo er in seiner eigenen matrix noch steckt er benutzt immer diese diese analogie zu diesem berühmten film matrix sehr cooler film nebenbei aber und dass das ist so sein sein fehler den er da begeht aber wir können jetzt hier mal reingucken wo er von neil degrasse tyson spricht hier nimmt er ein zitat von sinneza religion is regarded by the common people as true by the wise as false and by rulers as usual sinneza so ein stoiker ich finde es ganz interessant dass er ihn nimmt weil ich bin mir relativ sicher dass sinneza daran glaubt dass gott existiert er hatte natürlich ein eher deistisches bild von gott glaube ich wie die meisten stoiker aber er hat schon geglaubt dass ein gott existiert naja aber ist auch egal ich bin da müsste ich jetzt auch noch mal genau nachgucken was damit sinneza war aber ich habe auch mal ein bisschen von dem gelesen ist ein cooler philosoph da kann man sich auch gerne mal was von geben ich meine dass er das war ich will jetzt nichts falsches sagen aber ich glaube der war auch gottgläubig ja ich meine wir reden hier immerhin von jungfrauengeburten von sprechenden schlangen von auferstehungen von übernatürlichen wundern und bla 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 und ja nicht alle glauben so wortwörtlich daran aber viele tun das ja und es ist jetzt bei mir damals im bio unterricht zum beispiel eher nicht so drangekommen das ist das problem dass menschen wie peter fragen das konzept von wundern nicht verstehen das ist dann ein wunder also das ist nicht albern so was zu glauben wenn du glaubst dass ein allmächtiger gott existiert dann sind wunder kein problem natürlich kann es dann wunder geben dann ist es nicht verrückt also wenn du glaubst dass ein allmächtiger gott existiert dann sind wunder nicht verrückt natürlich sollte man nicht immer bei jeder sache die du nicht sofort verstehst das war ein wunder das war ein wunder natürlich sollte man das nicht machen man muss da ein bisschen gediegen sein vorsichtig sein konservativ sein aufpassen dass man nicht irgendwie überall immer sofort gespenster sieht metaphorisch gesagt sondern man sollte gut überlegen aber natürlich können sollte man auch nicht die möglichkeit ausschließen dass dinge vielleicht mal ein wunder waren und ich persönlich ich halte da eher mit der gottesdefinition von neil de grass tyson die hau ich euch hier mal rein und zwar god is in every ceiling pocket of scientific ignorance that gets smaller and smaller as time goes on fand ich schon immer eine geile definition und heißt auf deutsch übersetzt ungefähr gott ist ein immer und immer kleiner werden das bündel an wissenschaftlicher unwissenheit das ist finde ich eine sehr sehr interessante definition er sagt er findet das ist eine geile definition was natürlich eine schwache definition denn sie würde jetzt erfordern eine beweislast so wie er das selber sagt er behauptet nun etwas und das müsste er jetzt belegen denn mir ist das nicht bewusst also ich kenne einen haufen gottes beweise viele davon sind tausende von jahren alt und die sind genauso relevant wie damals also die werden maximal leicht modifiziert noch mal eine modernere sprache gepackt oder oder mit anderen beispielen versehen aber es sind dieselben behauptungen und ich mir fällt nicht ein argument ein dass für zum beispiel dass die katholische kirche lautstark vertreten hat was für die existenz gottes gesprochen haben würde welches welches sie jetzt zurückgenommen haben wo sie sagen würden dass das 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 belegt doch nicht gott so weil wissenschaft und gott eigentlich nicht so nicht so viel überschneidung haben deswegen verstehe ich auch nicht wieso das leute sagen das ist immer das behaupten die immer aber die behauptung ist einfach sie legen keine beweise dafür wo genau haben denn christen und zwar jetzt nicht irgendwie so der der christ von die um die ecke der auf der straße lebt sondern wo haben christen die die theologie studiert haben die apologeten sind die die auch anerkannt sind mit dem was sie tun das behauptet in der vergangenheit warum die behauptung aufgestellt die dann durch wissenschaft widerlegt wurde das würde mich wirklich wirklich brennend interessieren peter fram wenn du das weißt melde ich sag mir wo war das oder wenn ihr es wisst packt es unten in die kommentare gibt mir eure quellen ich würde es natürlich gerne wissen wo und wann wir das verändert haben wo und wann ist gott da kleiner geworden ist mir nicht bekannt und genau so ist es ja bisher auch immer gewesen das heißt früher war ja dann blitz und donner war ja dann was göttliches ja der zorn gottes bis man dann rausgefunden hat oh scheiße war gar nicht der zorn gottes sondern man eigentlich nur zwei wolken die zusammengekracht sind und sich dann statisch entladen haben schon in der bibel steht ne gott lässt es regnen über gerechten und ungerechten also das ist das ist nicht das bild das christen oder oder juden oder muslime von gott haben natürlich haben das manche gehabt aber nicht die 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 theologisch geschult waren also ich meine auch heutzutage wenn du leute fragst die an evolution glauben oder den typischen den typischen evolutionsgläubigen auf der straße fragst was was er glaubt was evolution ist der wird dir ganz komische antworten geben keiner von denen wird dir wirklich erklären können was evolution ist wie es funktioniert und wie man es beweist das wirst du von den allerwenigsten hören ähm und wenn jetzt irgendeinen christen fragst vor 500 jahren äh was ist dein beleg für gott dann sagt er ja aber guck mal da blitzt es und das heißt gott ist heute sauer das ist nicht das was die theologen geschrieben haben so kommen wir jetzt zu dem versprochenen argument für die existenz gottes wie gesagt ich kann hier nicht beweisen dass gott existiert für ein für alle mal für jeden das ist einfach in meinung ein recht gutes überzeugendes argument und ich werde es hier sehr vereinfacht darstellen also wenn du ein philosophie student bist halte lieber die ohren zu es wird nicht ganz perfekt sauber sein aber im grunde ist das argument so ich werde es halt extra so ein bisschen vereinfacht darstellen damit jeder das verstehen kann und wir hier nicht noch noch weitere 50 minuten an dieses video dranhängen müssen also wenn wir uns fragen ob es etwas gibt zum beispiel gibt es den yeti dann kann man eine ganz simple art und weise daran herangehen um zu beweisen dass es den jedi gibt und zwar man macht einfach eine liste mit eigenschaften die zusammengenommen nur auf einen yeti zutreffen können das heißt wir sagen so und so groß so und so sieht er aus die farbe so ein fell so verhält er sich und so weiter und so fort dann gehen wir hin zu einem ort wo wir zum beispiel denken da könnten wir die finden und suchen in kanada zum beispiel nach einem yeti dann wenn wir den irgendwas gefangen haben wo wir glauben das könnte ein yeti sein fangen wir das ding und checken gehen die checkliste durchgucken trifft die erste eigenschaft zu die zweite dritte und wenn alle eigenschaften zutreffen müssen wir ha es gibt tatsächlich einen yeti der existiert oder wir merken okay war doch kein yeti müssen wir weiter suchen aber wenn wir etwas finden dass alle diese eigenschaften hat dann wissen wir okay es gibt es gibt dieses diesen yeti okay und dann würden wir uns fragen was sind denn die eigenschaften von gott dann würden wir sagen gut gott ist allmächtig gott ist allwissend erst außerhalb von raum und zeit und er hat einen willen und wenn wir etwas finden würden das allmächtig ist allwissendes außerhalb von raum und zeit und einen willen hat dann würden wir sagen okay wir haben gott gefunden die sache ist die willen kann man ja in der regel nicht so einfach finden die findet man einen willen wir können aber dinge finden die von einem willen zeugen von von einer intelligenz die zielgerichtet arbeitet sozusagen und ein simples beispiel davon sind zum beispiel die pyramiden das ist sowieso ein sehr sehr spannendes thema wenn euch das interessiert könnte man könnte man auf youtube eingeben oder so da findet ihr völlig verstörende videos von irgendwelchen theorien und wenn wir dann uns mit den pyramiden in ägypten beschäftigen stellen wir fest keiner weiß wer die pyramiden gebaut hat es gibt viele leute vermuten es waren die ägypter die antiken ägypter aber es gibt keine beweise dafür die ägypter haben nie etwas über die pyramiden geschrieben man weiß auch nicht wofür die pyramiden gebaut wurden wir wissen nur dass die dass die pyramiden gebaut wurden wir wissen dass sie irgendeinen zweck gehabt haben auch wenn wir nicht genau wissen was manche sagen es war war eine grabkammer oder so aber wir haben noch nie eine leiche darin gefunden noch nie ein sarkophag oder irgendwas wir haben schon ganz viele sarkophags entdeckt aber noch nie in einer der pyramiden in ägypten folglich keine ahnung wofür die pyramiden jord wurden keiner weiß dass wir wissen auch nicht genau wann die gebaut wurden und dann gibt es die krankesten theorien im internet von es waren aliens es gibt theorien wo leute sagen oder es waren es waren irgendwelche antiken zivilisationen die hoch entwickelt waren und jetzt ausgestorben sind aus welchen gründen auch immer gibt es alles mögliche wir können aber nicht einmal mit den werkzeugen wo wir glauben dass die antiken ägypter die zur verfügung hatten einen einzigen stein nachbauen den die den die pyramiden beinhalten soweit ich weiß bin da kein experte das heißt platt gesagt wir haben ganz ganz viele fragezeichen zu den pyramiden wissen fast nichts darüber aber trotzdem sind wir uns ziemlich sicher dass diese pyramiden gebaut wurden von irgendetwas mit einem willen warum weil es komplex ist und weil es eine gewisse ordnung hat also es ist eine komplexe struktur mit einer ordnung drin wo wir einen zweck drin erkennen auch wenn wir nicht genau wissen was dieser zweck ist ich habe noch nie in meinem ganzen leben jemals die theorie mit hat gelesen dass vielleicht die pyramiden ja einfach nur durch irgendwelche erdbeben natürlich entstanden sind das hat mir noch nie jemand gesagt also ich habe noch nie ich habe schon alles mögliche mir dazu angeguckt im internet wenn ich mal wieder zu viel freizeit hatte dann habe ich mir so videos angeguckt über die pyramiden in ägypten und dann sagen manche leute ja das waren die aliens die nächsten sagen dies und jenes und ich habe gar keine ahnung ich weiß gar nix wer da recht hat und wer nicht und aber ich habe noch nie noch nie nie die irgendwo gehört ja nie die sind einfach durch irgendwelche eruptionen entstand und diese sind einfach natürliche gebilde und kein mensch weiß ich war letztens im garten und habe da gebuddelt habe den garten da gerade neu machen und ich habe da so ein ziegelstein gefunden und ich habe nicht eine sekunde wenn ich wusste dass dieser ziegelstein nicht natürlich in diesen boden gelangt ist sondern dass den irgendjemand mal gemacht hat und hingebaut hat das war nur ein ziegelstein das war noch keine pyramide und wir scheinen dazu sehr sehr gut in der lage zu sein wenn dinge irgendwie ordentlich sind aber eine gewisse komplexität aufweisen sofort zu erkennen das hat jemand gemacht das hat einen sinn das hat einen willen beziehungsweise ein wille steht dahinter und jetzt müssten wir nur etwas finden auf die alle diese sachen zutreffen also etwas das nur von einem kommen kann der allmächtig ist der allwissend ist der außerhalb von raum und zeit ist und der einen willen hat beziehungsweise etwas das komplex ist das trotzdem ordnung hat und wir einen zweck darin erkennen können auch wenn wir nicht genau wissen was der zweck ist und was was ist denn allmächtig außerhalb und und außerhalb von raum und zeit was ist allmächtig und außerhalb von raum und zeit was würden die meisten menschen sagen existiert das wirklich allmächtig ist außerhalb von raum und zeit ist da gibt es etwas und zwar die natur gesetze die natur gesetze sind omnipräsent die sind überall anwesend das ist auch noch weitere eigenschaft übrigens von gott die habe ich jetzt gar nicht eingefügt aber erst die sind omnipräsent sie sind überall anwesend egal ob ich hier bin oder drüben bin im universum sind überall da gleichzeitig sind sie aber außerhalb von raum und zeit die sind jetzt nicht so dass sie zu einem bestimmten zeitpunkt an einem bestimmten ort sind sind überall aber gleichzeitig auch irgendwie außerhalb von raum und zeit verändern sich gar nicht und sie kontrollieren alles sie bestimmen alles was im universum passiert jedes einzelne atom jede einzelne aktion in dem in den bereich der quanten mechanik wird bestimmt von den natur gesetzen also sie sind allmächtig sie bestimmen alles sie haben macht über alles im universum das ist die korrekte definition von allmacht das heißt sie sind allmächtig sind omnipräsent und in dem sinne müssten sie ja auch wenn sie einen willen haben dann müssten sie auch allwissend sein jetzt ist die frage sind sie haben sie einen willen sind sie produkt eines willens und die antwort ist sehr wahrscheinlich meiner meinung nach denn die natur gesetze haben eine gewisse komplexität aber sie haben auch eine ordnung sie verändern sich nicht andauernd sie sind nicht chaotisch sie sind stabil und sie produzieren diese welt die wir um uns herum sehen und wir sind haben menschen die die über natur gesetze nachdenken können und forschen können und all den ganzen kram das heißt sie es ist eine komplexe ordnung die dort stattfindet bei den natur gesetzen und so wie wir sofort bei einer pyramide auf die idee kommen dass da irgendwie eine intelligenz hinter stecken muss auch wenn wir gar nicht wissen wer es war und wie es war und keiner jemals auf die idee kommen würde dass diese pyramide von natürlichen eruption entstanden ist genauso können wir auch davon ausgehen dass die natur gesetze weil sie eine komplexe ordnung haben und wir einen zweck von ihnen ablesen können auch wenn wir nicht genau wissen was der zweck ist aber wir können irgendwie erkennen da scheint ein zweck hinter zu stecken können wir davon ausgehen dass die auch einem willen entspringen und dieser wille der muss ja in der lage sein die natur gesetze zu kontrollieren das heißt diese person die diesen die die natur gesetze kontrolliert ist allmächtig allwissend außerhalb von raum und zeit und hat einen willen hat ein ziel und das ist gott also das ist das was man dann gott nennt und damit hätten wir diese liste abgearbeitet und hätten gesagt okay alle können überall den haken machen okay gott existiert also sehr sehr einfaches schlüssiges argument ich finde es ist auch ein sehr gutes argument und nur weil die wissenschaft noch nicht weiß wie die natur gesetzes machen dass das die die wissenschaft kann nur die erforschen was die natur gesetze machen wie natur gesetze entstehen dass es über der wissenschaften da müsste es ja gesetzmäßigkeiten dann geben die die gesetzmäßigkeiten der natur gesetz erklären das wäre dann wieder eine weitere frage aber das darüber kann ich noch mal ein eigenes video machen wenn das leute wirklich interessiert sagen die wollen noch mehr über dieses argument hören oder die gegenargumente oder so wenn euch das interessiert schreibt in die kommentare wenn ihr sagt das argument ist voll dumm schreibe es in die kommentare wenn du sagst auch das argument finde ich ganz cool habe ich noch nie gehört schreibe es in die kommentare hauptsache du schreibst in die kommentare und was wir natürlich auch wissen wollen ist wie hat dir das video gefallen wenn es dir gefallen hat lass einen daumen da ansonsten schreib uns deine ideen worüber machen wir als nächstes ein video sollen wir noch weitere antwort videos machen wir werden einige recherche videos machen das nächste video wie gesagt wird ein recherche video sein von meinem kumpel david also ich freue mich wenn ihr uns Feedback gebt wenn ihr uns bei uns meldet und sagt bitte auch ob das video euch zu lang war oder ob ihr in zukunft gerne kürzere videos hättet oder ob es sogar richtig gut fandet vielleicht findet ihr diese länge genau passend und sagt ich höre mir gerne mal ein bisschen was längeres an ich finde das schön dann sagt auch das ja ich freue mich von euch zu hören das war's bis zum nächsten mal ja Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.